Musik Yusufa Moukoko ist die Nachwuchssensation beim BVB. In der B-Junioren Bundesliga erzielte der erst 13-jährige Deutsch-Kameruner bereits 34 Tore in 20 Spielen. Und das gegen deutlich ältere Gegenspieler. Beim 5 zu 1 gegen die U17 des VfL Bochum erzielte er kürzlich erneut einen Hattrick und beantwortete einem befreundeten YouTuber nach dem Spiel einige Fragen. Die mediale Aufmerksamkeit sei für den Stürmer mittlerweile ganz normal. Zitat Viele in England oder Spanien schreiben über mich, das weiß ich. Ich bekomme alles mit, aber das interessiert mich nicht. Auch verrät Moukoko, dass er in regem Kontakt mit dem einstigen BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang steht. Zitat Dass Moukoko aufgrund seiner Torquote eine große Zukunft prognostiziert wird, nimmt der Teenager gelassen. Dazu Moukoko Ich bin noch so jung, ich muss mich noch weiterentwickeln. Und dann mal sehen, was so in 3 oder 5 Jahren noch kommt. Ich bin noch so jung, ich bin noch so jung, ich bin noch so jung. Ich bin noch so jung, ich bin noch so jung. Bis zum nächsten Mal.